Die Scrap-Wine-Zone ist unsere Letzt-Zone in der Fan-Mod-Version von Sonic the Hedgehog 1, die uns ermöglicht hat, Amy Rose zu spielen. Nach der Scrap-Wine-Zone Act 1 und Act 2 geht es ja wie immer ins Wasser, nochmal in die Labyrinth-Zone, zumindest Teile der Labyrinth-Zone und den Final-Boss nehmen wir natürlich noch gleich mit. Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020